What the fuck is los? Kann's ja auch wohl nicht sein. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Börs Rutter. Ihr seid willkommen auf diesem tollen Kanal. Meine Beleuchtung flackert schon passend zum Thema. Wir spielen Leute Mainz Ice. Ich habe eine Special Sache heute für euch dabei. Nämlich, jedes Mal, wenn ich mich ein bisschen erschrecke oder sowas, lasse ich mir meine Haare. Wird am Ende wunderschön aussehen. So dann. Hä? Ach du Scheiße. Jetzt biegt ja alles wegen dem Kaka. Ist nicht Mainz Ice, contains flashing lights, flashing lights, flashing lights. Also know that Mainz Ice does not include any safe features. The game is played being a single sitting. Ja, deutsch. Wache auf. Wache auf. Wake up, wake up. Wake up. Gute Frage. Noch 5 Minuten. Das wäre schon so creepy, wenn das in Real Life so wäre. Weil die Tür offen wäre nachts. Könnte ich gar nicht abhaben. Ach du Scheiße. Bisschen Erdbeben hier in der Umgebung oder was? Was sollen die jetzt? Das dürfen sie gar nicht. Ach du Scheiße. War das unser Charakter oder was? Könntest du jetzt endlich mal ein bisschen Musik? Nicht beste, aber reicht. Danke. Reicht. Da machen wir mal looky looky. USB-Platten. Ne electrical box. Soll das hier im Wartezimmer sein mit nur einem Waschtisch? Sag mal, wo wohnen wir eigentlich hier? Interaktion. Excusi mir, Monsieur, was ist denn jetzt passiert? Sammle fünf Bären. Die fünf Bären zu sammeln wird drastisch. Dein Score am Ende erinnern. Er fand den Sessel so schön, er hat sich direkt an den Zweiten gekauft. A vault with a lamp. Ja, rausgehen ist auch so 2010. Ähm. Wir haben eine mega große Küche. Ja, jetzt auch nicht. So ein Experte, aber ich glaube, dass das Brett passt nicht so wichtig in dieses Regal. Guten Tag. Ach du Scheiße. Geh dich mal ein, wenn du mir ein bisschen erschreckt oder sowas. Versuch nur meinen A. Ich bin nicht Max Emre. Ich bin real. Kann mir kein Tim Jacken drauf da hergehen, dass ich nicht real bin. Ja. Sieh, 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 sieh. Oh. Komisch. Die Schüler stehen hier ein bisschen komisch. Bin ich hier ganz ehrlich? Das war vorher nicht. Ich möchte das nicht. Excuse me. War das jetzt nur ein Albtraum oder was? Sag mal, ich bin irgendwie in der Matrix gefangen oder was? Ey, jetzt habe ich Angst vor fucking Türen. Ja, sozusagen, wenn das jetzt nochmal kommt. Wieso kriegt mich das immer? Leute, wenn der da Licht ausmacht, kriege ich mir meine Frisur heist. Ja, also sowieso schon ist. Wieso nehme ich Videos um diese Uhrzeit auf? Ich komme nur auf so dumme Ideen. Tun denn hier eigentlich dein Machen haben tun? Hast du nichts Besseres zu tun? Kann der Safe uns helfen? Ich habe Angst, in diesen Raum zu gehen. Entschuldigen Sie. Machen Sie mein Maus. Die Tür finden Sie nicht. Nein, böse. Oh, nee, das passiert nochmal. Ich drehe gleich durch. Ähm. Warte mal. Da war doch keine Tür. Da bin ich bescheuert. Was ist denn das jetzt? Scheiße. Meine Brille ist hier offen jetzt oder was? Ey, ich habe gleich gesehen, dass da eine Tür war. War doch keine Tür. Na, verarsch mich nicht. So. Alle eins muss ablaufen. Ich glaube, dann trinkert das Game erst. Actricity geht jetzt gar nichts mehr oder was? Ich wusste gar nicht, dass mein Papa noch einen Keller hat. Ich lerne hier jeden Tag was Neues. Ich habe das Gefühl, dieses Video war eine beschissene Idee. Auf meine Lampen kaputt zu schmeißen. So, ja. Irgendwie sind wir noch im Windkanal gelandet, Junge. Excuse me. Da muss ich einen special Abschluss für haben, um das Ding da zu verstehen. Adene, press and hold, shift, renn. Oh, crap, he's coming. Oh, dann gehen wir mal lieber hier irgendwo. Alter, Alter, was ist das? Das will ich nochmal sehen. Ne, ne, ne. Junge. Was haben die dem für eine Rennanimation gegeben, Junge? Das ist dann immer feierlich. Was passiert hier? Ich kann nicht pausieren, ne? Ich hoffe einfach, der kommt hier von der Höhe her nicht durch. Hallo, mein Lieben, Freunde. Hier ist Baby. Heute zeige ich euch, wie man sich selber die Haare schneidet. Ich habe keine Ahnung, was ich tue. Ah, es wird nicht besser, ne? Es wird nur schlimmer. So. Ich frage gar nicht, yes. Ich dachte gerade schon, der findet mich nicht, Junge. Das wäre erst noch gewesen, du. Ja, den habe ich schon. Witzig. So. Leute, das Video wird nicht billiger. Alles piekst, ey. Ich komme nicht auf. Das ist eine Aufnahme. Da ist eine Vault. Die Vault. Eine Vault-Karte. Scheiße, ich habe Angst. Ich möchte es gar nicht. Ich werde es auf meine Lampen kaputt gehauen. Das ist das Licht kaputt gehauen, bitte. Dann sagen sie mal. Es ist Zeit für dich, Baby. Kommen wir jetzt endlich in die verschlossene Tür. Na denn. Die häusliche Metzgerei oder was? Ein Schlüssel. Wofür ist dieser Schlüssel? Fürs Office? Ey, wofür ist dieser verfliegte Schlüssel? Ah, wäre so ein perfekter Zeitpunkt für den Jumpscare. Strange Room. Warum hast du das so weit überhaupt? Vault with a Lamp. Ich habe Gänsehautos, glaubst du gar nicht. Da war gerade eine Koppe. Ich habe Gänsehaut. Mein Gehirn ist wie diese Lampe. Ein Aus, ein Aus kaputt, kaputt. Hey Tom, jetzt ist deine Mutter hier. Ich wollte gucken, wie es dir so geht. Ein Doktor sagt, dass dein Koma nicht so schlimm ist und dass du bald wieder wach sein solltest. Ich hoffe, sie sind richtig. Ich bin fast wie Google-Besitzer. Und ich hoffe, dass du das jetzt gerade liest. Ich bin offensichtlich in einem Koma. Wie soll ich das bitte schön lesen? Ich wollte nicht nur wissen lassen, dass wir niemals Hoffnung verlieren. In Liebe, Mutter und Vater. Ja, jemand hat meine Lampen ausgetauscht. So, wie oft passieren jetzt noch Sachen, dass die Lampe entfernt. Dass die Lampe vergessen zu entfernen. So, warum? Danke, dass du mich korrigiert hast. Lass doch mal meine Lampen in Ruhe. Das Licht am Ende des Tunnels. Ich bin jetzt so gut in den Jump'n' Runs, muss ich sagen. Just eat to obtain your consciousness Holland Holland Ne Oh Ende In conclusion to diesem Video Mir juckt alles Mir tut alles weh Dieser Rasierer ist die größte Fülle Vielen Dank für das Zuschauen Wenn es euch gefallen hat Abonniert den Direktkanal Vielen Dank fürs Zuschauen Hab noch einen schönen Tag Macht's gut, bis dann Tschüss Es wird so scheiße, das zu schneiden Und zu sehen, wie ich meine Haare kaputt mache